Hallo Leute, ja, heute ist Silvester und deswegen kommt jetzt mein Silvester-Video. Ich wollte euch mein Outfit und mein Make-up zeigen. Ähm, wenn ihr das Video seht, ist schon der erste. Ich kann es nicht eher hochladen. Fangen wir mal an mit dem Make-up. Ähm, ich habe hier immer die Art Deco Eyeshadow Ways benutzt. Dann habe ich auf dem, ähm, beweglichen Lid, so die ersten zwei Drittel, habe ich diesen Lidschatten benutzt. Das ist von Cosmetic Cosmos, die Farbe Creme. Und dann habe ich auf dem letzten Drittel, ähm, diesen Lidschatten aufgetragen. All that glitters for Make-up. Jo, und dann habe ich in der Lidfalt nur ganz leicht Utopia von Cosmetic Cosmos aufgetragen. Dann habe ich, also alles rucki-zucki, ups, äh, habe ich nur noch meine Wimpern getuscht. Mit der P2 Victoama Mascara. Jo, und ich habe eine neue Kamera und ich werde euch jetzt mal reinzoomen. Auf mein Augen-Make-up, ja, Premiere. Muss ein bisschen näher ziehen, kommen nämlich gar nicht dran. Ich hoffe, er ist jetzt auch fokussiert. Ich sehe es nämlich nicht mehr. So, Kamera wieder zurück. Ich muss da auch in den Spiegel gucken, denn diese Kamera hat leider kein schwenkbares Display. Naja, muss ich jetzt mal kleben. Dann, dann, den Nägel, trage ich diesen Nagellack. Das ist, Stifte, ach hier, Polarlicht von Cosmetic Cosmo. Und ihr seht schon, das ist ein richtig cooler Hololack. Den habe ich einfach in zwei Schichten aufgetragen. Den deckt nicht hundertprozentig, aber genügend. Und der Effekt ist richtig, richtig cool. So, das wäre mein Outfit. Ich trage heute ein Kleid von Poymark. Das hat die liebe Klinemelle 81 mir bei Poymark gekauft, denn ich habe leider kein Poymark in der Nähe. Das hat so ein Grau mit Lila in der Nähe. Und das hat dann jeden überall an irgendwelchen Städten hier so rote Maschen, blaue Maschen, grüne Maschen. Und ich finde, das passt gerade perfekt zu dem Nagellack. Und drunter trage ich halt einfach so ein, äh, langweiliges Shirt von H&N. Das, ja, so komisch spielig, altrosa, gleichfarben. Ja. Und dann trage ich, ich weiß nicht, sieht man das überhaupt, ich weiß es nicht. Ähm, ich trage eine Strumpfhose auf von H&N. Die leitet dann schon das Muster, aber das kennt man gar nicht so. Jo, jo, einfach nur, das sind meine Strumpfhose. Und schon, wenn ich trage meine Stiefel, diese Stiefeletten, die ich, die habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Ich verlinke euch das mal hier. Dann könnt ihr mal schauen. Ich ziehe die nämlich erst später an. Jo, das wäre schon mein Outfit. So, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest gestern. Habt schön gefeiert. Nicht so viel getrunken. Jo, und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir, Melle, bedanken, dass du mir das Kleid gekauft hast. Ich find's wunderschön. Ach, und ich hab nur ganz vergessen. Auf den Lippen trage ich den Lippenstift von MAC Marquis. So. So, einfach ein bisschen schimmer. Tschüss.